hey internet und youtube die outlas 2 demo testen wir was auch immer das ist ich glaube das hat nichts mit dem hauptspiel zu tun vielleicht habt ihr mich auch angelogen ich weiß es nicht willkommen zu der outlas 2 demo wir sind blake langer mann langer langer mann ja klar sind deutscher come on working with your wife lynn sie ist also in der porno branche ok alles klar the two of you investigate journalists also journalists porno journalists okay willing to take risk and dig deep and yeah pornos okay first story what die schreien ganz schön rum die zwei die die lynn die 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 w die 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 To race, you can go to press right mouse button. I did it. Game over, durchgespielt. Press F, Night Vision. Da kommt schon die Rettung. Ich weiß nicht, ob man das hört in der Aufnahme. Ah, das ist Zoomen. Ah, okay, alles klar. Batterien, gehen schneller weg dann. Okay, wie wäre es, wenn wir aber zurückgehen? Oder das Spiel austricksen? Hab gelogen. Ich sag noch, fahren wir am Tag los? Nee, natürlich in der Nacht. Hier wohnt sich irgendein netter Zuwalt. Perfekt. Sprinten ist Schiff, oder? Dankeschön. Das ist meine erste Waffe. Hallo? Irgendjemand? Nettes Zuhause? Kann ich hier durchsehen? Shit. Niemand hier. Haben Sie eine Minute, um über Gott zu reden? Okay, hat nicht funktioniert. Okay, ich bin den ganzen Weg hierher. Sie haben im Lotto gewonnen. Gratulation. Ich sehe, Sie haben es nötig. Mann und Fünfer mit Zusatzzahl. Okay, doch nicht. Dann gehe ich jetzt und behalte das Geld. Wow. Okay, das waren Schritte. Meine? Ich will nicht sagen, die Angst vor Schritten haben wir. Ist ja lächerlich. Ich liebe Schritte. Ich kann ja den ganzen Tag Schritten lauschen. Schritten. Ein, ein Schritt, zwei Schritten, drei Schritten. Okay, das gefällt mir hier ganz und gar nicht, der Sound. Air to reel. Oh, ist schon leer? Habe ich welche dabei? Wie viele? Hallo? Hier ist offen. Perfekt. Ja, klar. Genau 12 Uhr. Ja, sicher. Das war ein Timing. Ha! Hi! Wollte ich sagen. Da hat jemand seine Suppe nicht aufgegessen, ha? Batterien. Perfekt. Eine Taschenlampe? Gib mir. Ach, ich verscheuhe euch die Pflegen hier, oder was? Kann ich nicht aufheben. Jetzt hat er den Löffelsteck in den Kopf zuerst. Mutti hat gesagt, isst die Suppe auf. Bin mir nicht sicher, was das ist. Überbleibsel vom Burger King. Sieht auf jeden Fall so aus. Ich wollte hier rein. Oh, Gott. Wo ist denn die Mutti, der das Süppchen hier gekocht hat? Okay, ist das... Das Plumpsklo? Was soll das sein hier? Dusche? Was ist das? Wozu ist dieser Raum? Für Plumpsklo? Aber ziemlich hoch angerechnet. Hier komm ich nicht... Linn! 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 Oh, hi! Machst du den Moonwalk? Michael, bist du's! Zurück, Michael! Voll der Moonwalk! What the fuck? Oh, Jesus Christ. Ich bin im... Wonderland. Wie heißt Michael Jacksons Farm? Mach den Moonwalk! So ist brav. Ich seh' nix. Was ist denn das? Ein Pferd? Okay. Ja, man konnte es nicht festmachen. Ja, hier ist ein Kopf. Ist das ein Pferd? Das ist ein Schwein. Ein Schweinspferd? Was ist das? Das ist doch nicht das... Der Kopf von einem Pferd, oder? Oh Gott, was sind denn für Genexperimente? Das ist doch... Ich weiß nicht, was es ist. Ein Schweinspferd. Oh Gott, hier werden Schweine mit Pferden gekreuzt. Ich perversen Schweine. Aber haupt' ich... Gut, dass ich nicht immer so freundlich bin und anklopfe, oder? Gut, das war nicht slowly. Das ist ein wunderschönes... Sympathisch. Hauptsache, die Uhren funktionieren hier. Das freut mich sowieso am meisten. Okay. Hallo! Danke. Okay, ich hab irgendwo Frauen schreien hören. Aber das ist ja für mich eh nix Neues. Hallo! Hier ist ein Teddybär! Ich wusste es. Kinderfotos? Babyfotos? Okay. Natürlich ist hier ein Teddybär. Wer hätte das gedacht? Nein, ich kann doch... Ah! Jesus. Okay. Alles klar. Es war ein Vogel! Alles gut! Es war nur ein Vogel! Peak? Peak? Weil das Pieken hat sich ausgezahlt. Gut gepiekt. Deshalb gewonnen. Was du heute kannst verpeaken? Okay. Hier geht's auch nicht weiter. To crouch. Ja klar, pass ich hier durch. Okay. Hallo? Das ist nur Laub, okay? Ich hab keine Angst vor irgendwelchen Laubblättern und Astgeräuschen. Ist das ein Skelett? What the fu- Ich glaube, das ist die satanische Übersetzung. Komm raus aus, Mikkel! Satan! Mikkel! Das ist nur eine Puppe. What the fu- Ich bin mir sicher, hier war ganz sicher kein Baby drin. Oh. 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 Die haben jetzt üblich ein Baby verschleißt. Sind das Babys? Oder sind das nur kleine Personen? Die machen liebe Geräusche, wenn man drüber geht. Ah, Nachladen. Wie viele Batterien habe ich noch? 0 von 8. Achso. Gut, damit hat sich die Frage erledigt. Okay. Hier kommen also die Babys hin. Ich dachte, die kommen in den Himmel. War der fies? Waren wahrscheinlich böse Babys. Was? Oh. Jetzt die Licht hat weggezogen. Sauber, hörst du, während ich lege. Begez dich, um dich zu sehen und zu dir. Und dann lass mich ruhig zu schlafen. Was will save you. Was away. All that I've been wronged. What? Okay. Ich will unbedingt die Person kennenlernen, der diese Zunge gehört. Aus rein wissenschaftlichen Gründen, okay? Ich meine... Was glaubt ihr, wie sauber die Teller werden noch ein Aufessen, okay? Oh, okay. Jesus Christ. Was? Oh, Kanada. Batterien, yes. Gib mir. Okay, hier war ne... Hier ist ne Schule. What? Okay, das waren keine Babys, das waren Kinder. Ja hallo, ich kenn den Unterschied zwischen Babys und Kinder. Ich wollte nichts schließen. Auf der anderen Seite... will ich hier eigentlich nicht raus. Na klar, aber dann lasst mich... Lass mich hier auf der anderen Seite kurz... Probieren. Okay, dankeschön. Gott sei Dank. Es gibt noch einen Weg. Kann mir nicht verlaufen. Was würde Jesus tun? Hallo? Frau Direktorin? WTF? Was la... Okay... Wer hat mir hier ins Genick gelächelt? Holy shit. Da ging ein bisschen was ins Höschen jetzt. War da grad ne Hand? Meine Güfe, was ist denn hier? Ach, Jesus. Musikbox, yes! Das ist beruhigend. Hat sie das gemalt? Warum malt sie sowas? Gehört das nicht auf Tumblr sowas? Hey, Lynn. Wo? Wer lacht hier wieder? WTF? Jesus Christ! Was? Shut the fuck up! Hier ist überhaupt nichts los! Oh mein Gott! Okay. Alles klar. Relo... Ich muss reloaden! Es ist dunkel! Na, was ist denn mit diesen... Warum ging ich hier... Ja, perfekt. Das wollte ich. Perfekt. Licht aus. Wir sind nicht da. Mach die Augen zu. Was uns nicht sieht... Sehen wir auch nicht. Nein. Nein. Was wir nicht sehen, sieht uns nicht. Perfekt. Bin ich auf dem Schiff jetzt? Christ! Christ! Holy fuck! Okay. Oh mein Gott. Gut. Danke schön dafür. Neue Hose. Ich geh doch gerade wieder zurück. Warum? Weiß ich nicht. Jammed. What the... What the... Okay. Achso. Jessica. What? What? Ziemlich unrealistisch. Hey, Freiheit! Oder was? Oh. Wieso... Wieso... Schnee? Wieso? Ich glaube... Wir sollten nicht darüber nachdenken, warum... hier Schnee ist. Auf gar keinen Fall sollten wir das. Aber Batterie wäre super. Irgendwann eine Batterie? Batterie! Jessica! Jessica, hast du eine Batterie? Du! Wer hängt denn da so rum? Exit! Sorry, tschüss! Okay, natürlich... Warte. What? Wieso? Ah! 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 Shit! Lass mich... Wir können darüber reden! Bist du der Batterienmann? Nein! Ich wollte nur eine Batterie! Ist es deine Malerei? Talentiert, sehe ich! Wunderschön! Was ist hier? Oh shit! Das war nicht gut! Nein! Nein! So werden Batterien hergestellt! Okay! Gut erlebt! Okay! Wir sehen uns das... Oh! Wir werden verfolgt! Okay! Gut! Das sehen wir im nächsten Part! Ähm! Finden wir die Batterie! Dundlin! Oder Jessica! Ich habe jetzt komplett vergessen, um was es geht! Und ähm... Ja! Wollen wir sie finden! Werden sie heiraten! Babys bekommen! Und bis zum Ende glücklich leben! Danke fürs Zusehen! Macht's gut! Tschüss!